Vivo Conaco sagt Danke an das NIO Hotel in Fürth. Wir freuen uns sehr über das gemeinsame Kunst- und Kulturprojekt für sauberes Trinkwasser mit dem brasilianischen Streetart-Guru, a.k.a. SESAO, der den Flow-Like-Water-Graffiti-Swag wohl besser vertritt als kein anderer. Wir freuen uns über die 100.000 Menschen, die dank der Kunst von SESAO und dank dem NIO Hotel mit Vivo Conaco in Berührung kommen und hoffentlich begeistert werden, sich sozial zu engagieren. Also werdet aktiv, so unsere Welt, Vivo Conaco hat sauberes Trinkwasser.